Und damit ein herzliches Willkommen zur ersten Folge von Mobile FC. Mobile FC ist ein Fußball-Managerspiel. Weil ich fußballverrückt bin, Sven natürlich auch, werden wir euch jetzt Mobile FC präsentieren. Also erstmal ich und wir werden das als neues Projekt aufnehmen, falls es uns auch wirklich gefallen sollte. Also als erstes gehen wir natürlich in den Verein. Was heißt Verein? Wir müssen uns erst einen erstellen. Da überlegen wir uns gerade eine Form, gerade... Ja, schwierig. Wie sieht unsere BGU aus? So nicht, ganz sicher nicht. Ich will das von BGU am besten haben. Weil das sieht mächtig aus. Das kriegen wir auch BGU. Blau muss es natürlich sein und Rot. Aber ich glaube, das Muster gibt es nicht, wo wir haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Symbol, was ist das für ein Symbol? Das gibt es hier bestimmt gar nicht. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass es dieses Symbol gibt. Aber vielleicht finden wir noch was Schönes. Ich finde... Nein, Hund doch nicht. Ganz sicher nicht. Rake Bär. Volleyball. Volleyball finde ich geil. Das hat irgendwie was. Ich finde den Volleyball geil. Ich würde sogar den Volleyball bevorzugen. In schwarz oder weiß. Ja. Ich finde es so ziemlich geil. Rot würde ich gerne noch mal reinbringen irgendwie. Rot, das würde ich gerne rot machen. Nein, das machen wir blau. Blau machen wir das. Und so sieht es eigentlich mächtig aus, finde ich. Oder so. Ne. So vielleicht. Und dann so. Ach, ich finde es so ziemlich geil. Lassen wir es so. Zufall. Wir machen doch keinen Zufall. Natürlich. Wie soll es anders sein? Unser Verein heißt BroGamerUnited. Ist ja ganz klar. Wie auch sonst. Dein Manager Name. Ja. Soll ich Gottlob machen? Aber. Nenne ich Bro. Ich bin im Überlegen Bro. Nennen wir ihn jetzt einfach Bro Power. Gut. Bro Power ist im Amt. Falls es laden sollte. Fährt sich natürlich. Bin gespannt. Sind wir jetzt schon drin. 1000 Münzen. 350.000. Dann möchtest du Mobile FC mit Facebook verbinden? Nein. Wollen wir jetzt noch nicht. Lade Freunde aus Facebook ein? Nein. Das wollen wir jetzt nicht. Also erstmal willkommen. Dankeschön. Support. Alles klar. Nehmen wir natürlich an. Oh. Wo bin ich jetzt? Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht getestet. Muss ich sagen. Ich habe es nur gesehen mal. Spieltag euch gehen. Natürlich wollte ich auf. Ja. Assistenz. Manager. Freundeswerbung. Booster. Alles mögliche. Aber ich will das jetzt erstmal nicht alles lesen. Denn ihr werdet es im Laufe des Let's Plays immer wieder sehen. Dass es vieles gibt. Was man entdecken kann. Was? Wir spielen gerade momentan schon live. Kann man da live zuschauen? Geht das? Das fände ich mächtig, wenn man da live zuschauen könnte. Geht das irgendwie? Wir führen auf jeden Fall 6-3. Alles klar. Aber ich würde jetzt erstmal gerne unseren Verein angucken. Markt noch nicht. Spieltag. Kader. Genau. Geht es nicht. Trainieren. Managen. Natürlich Menschen. Sind wir dann live drin? Genau. Also wir sehen es jetzt mal. Bisschen hochschieben. Legt den Ball quer. Und Geh Santos muss nur noch einschieben. Neuer Spielstand 7-3. Yes. Läuft doch. Bericht. Kann man den lesen? Die Kürz. Ja. Machen wir ihn lang. Damit es ein bisschen amüsanter ist. Galabro. Macht die Kiste. Können wir auswechseln? Frag ich mich gerade. Bank. Natürlich haben wir was auf der Bank. Was können wir bringen? Der Cracker. Ne. Der Cracker bringen wir nicht. Weife. Boah. Spiel Philippe bitte nicht. Philippe wird eingewechselt. Ganz klares Ding. Ich glaube da ist echt Zeit, was da drin ist. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als wenn es kein Echtzeit wäre. Irgendwie spielen die ganz komisch hier. Fähig freier Schussball. Ein strammer Schuss. Der Torwart macht sich ganz lang, aber hat keine Abwehrmöglichkeiten. Und 8-3. Endlich Jungs. Endlich. Können wir ihn denn jetzt nicht bringen? Mit einem Rückpass. Ausführen natürlich. Auswechslung ausgeführt. So will ich das. Und Mora würde ich noch für Friendly. Ne. Mora kommt noch rein für Sand. Ne. Wunderbar. Natürlich ausführen. Sehr klar. Haube natürlich alles rein. Auswechslung ausgeführt. Und ich würde noch Kilic eine Chance geben für Santos. Ne. Für Maikos. Also der kann ja nichts hier finden. Der B da ist eine richtige Enttäuschung. Wechsel den doch aus. Alles klar. Gleich mal gewechselt. Kilic drin. Durch ausgeführt. Freut mich. 8-3. Das ist ja echt locker. Taktik. Kann man irgendwas ändern? Nein. Das machen wir jetzt nicht. Erstes Ding. Oh. 8-4. Oh scheiße. Schlechter Torwart. Wo wir da eingewechselt haben. Wahrscheinlich. Gefällt mir schon mal nicht. Was macht der? Hat der ein bisschen gesoffen? Oder? Gehen wir zurück. Und ich würde mal gerne. Nein. Ich will doch. Ach ist das hässlich. Das geht es ja gar nicht. Ich würde euch gerne hier Stadio und Kader. Markt würde ich euch gerne mehr zeigen. Was könnten wir uns denn holen? Auktionen würde ich gerne mal schauen. Was gibt es denn da Schönes? Auktionen gefunden. Gibt es da einen guten? Gerade wo demnächst abläuft. 46er. 451.000. Die übertreiben noch maßlos. Hier ein 66er mit 162.000. 43 ist der. Begellrich. Ne. Den holen wir nicht. Er hat so eine gute Versteigung. Aber den holen wir uns nicht. 88er Wertung. Krass. Warum sind die alle so alt? Die guten. Ich glaube den holen wir uns jetzt echt. Den 66er. Das ist brutal. Den Rest können wir uns ja eh nicht lassen. Jo. Begellrich. Wie lange geht der noch? 34 Minuten. Ja klar. Ne. Machen wir nicht. Den holen wir uns noch nicht. Die Shoppingtour gibt es dann im nächsten Part. Eigentlich sollen wir lieber live dabei sein, wenn ich dafür. Ist viel geiler, aber da wird jetzt nicht so viel anbrennen. Kurze Vorstellung noch hier. Premium Währung. Was ist das? Ja klar, die müssen wir kaufen. War ja klar. Ist immer so. Ein Pay2Win-Game. Aber. Bisher finde ich es richtig, richtig geil. Nur ist ein bisschen schwierig. Komm noch nicht ganz zurecht. Normales Paket. Besonderes Paket. Legendäres Paket. Was gibt es hier noch? Erste Hilfe Paket. Alles klar. Ich würde noch gern trainieren. Kann ich trainieren? Geht nicht, oder? Spieler trainieren. Fitness. Stärke. Klar, Spieler trainieren. Was kann ich da jetzt machen? Kopfball. Was soll man trainieren? Live-Spiel können wir leider nicht machen. Okay. Alles klar. Während des Live-Spiels geht es nicht. Das ist natürlich bitter, dass wir gerade ein Live-Spiel verwischt haben. Bisschen blöd gelaufen. Aber naja. Hier noch kurz der Andeutung. Hier seht ihr es. Wir sind. Wo sind wir denn? Sind wir hier überhaupt vertreten? Rogue Game United. Hier sind wir. Tabellenplatz 4. Sieht gar nicht schlecht aus. 11 Siege, 3 Unschieden, 7 Niederlagen. Ist ja im Mitteln in der Saison. Also. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Wie viele Spiele gibt es denn? Keine Ahnung. Ob man jetzt gegen jeden 1x, 2x, 3x, 4x spielt. Das habe ich jetzt noch keinen Plan. Das werdet ihr natürlich in den weiteren Parts erfahren. Ich weiß das noch nicht. Muss mich hier auch erstmal schön zurechtfinden. Denn sonst wird das wahrscheinlich nichts werden. Gehen wir mal auf den Kader, würde ich sagen. Schauen wir uns das erstmal an. Ja, geht doch eigentlich. Voll klar. Ist doch eigentlich ganz okay. Natürlich noch nicht die besten Spieler. Aber. Das wird noch sicherlich kommen. Im Laufe der Zeit. Und natürlich werden wir wahrscheinlich das Live-Spiel natürlich gewinnen. Gehe ich jetzt schwer davon aus. Wir führen 9,5. 1,5. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bin raus. Euer Bro Game United. Haut's rein. Und ciao.